Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo heute mal wieder. Ja, das letzte ist ja schon ein paar Tage her, aber ich war einfach viel zu beschäftigt, Leute. Ich war viel, viel, viel zu beschäftigt. Ja, das war auf jeden Fall der Punkt dahinter. Und heute wollte ich euch einfach mal so auf den Stand der Dinge bringen, sagen, was so on ist und was abgeht. Und ja, war gerade wahrscheinlich wieder viel zu übertrieben für die Sachen, die ich erzählen möchte. Aber auf jeden Fall, ich will hier einfach mal so ein bisschen über den Server, ne? Also, ihr kennt das ja. Ne, was los ist, ist, dass wir wahrscheinlich bald den größeren Server bekommen, weil es fragen ja immer noch viele Leute, wie ist das mit mehr Slots und so weiter. Und ja, es kommt. Wir haben jetzt die Zusage von unserem Sponsor G-Portal, dass wir wahrscheinlich einen Dedicated Root-Server bekommen. Ist zwar nicht so das, was wir uns ganz gewünscht hätten, aber es schickt auf jeden Fall schon mal für mehr Slots, für ein Lobby-System, vielleicht für ein paar Minigames. So diese ganzen Geschichten. Mal gucken, was da so läuft und was wir raushauen können. Und meine Framerate ist schon wieder nicht die beste. Ich glaube, ich muss das hier echt mal ein bisschen runterstellen. Ich denke, 12 schickt, ja. Ja, jetzt habe ich auch wieder meine Standard 100 FPS. Okay. Nebensächlich das Ganze mit der Framerate. Auf jeden Fall, wir bekommen wahrscheinlich unseren Server von G-Portal gesponsert. Ihr könnt uns wie immer dadurch unterstützen, dass ihr uns spendet. Dadurch können wir mehr für euch machen. Oder ihr klickt einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Das ist einfach ein Link, der bringt euch zur G-Portal-Webseite. Die machen Minecraft-Server, CSGO-Server. Die machen eigentlich für alle Server und das sogar relativ günstig. Und mit dem Link bekommt ihr sogar noch einen Rabatt. Also habe ich was davon, die haben was davon und ihr habt was davon. Und ja, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Deswegen, das erwarten die halt von mir, dass ich da ein bisschen Werbung für mache. Und ich meine, es ist ja auch eine coole Firma und die machen halt auch richtig gute Sachen. Und die Server sind halt wirklich billig. Also was heißt billig, sind günstig. Und deswegen, wenn ihr einen Minecraft-Server braucht für euch und eure Freunde, fragt einfach mal an. Den kriegt ihr schon für 1-2 Euro pro Monat. Und ich meine, mehr kann man ja nicht erwarten. So, nächstes Thema ist auch noch ein weiterer Server. Und zwar ein TeamSpeak-Server. Ich habe von ein paar coolen Leuten einen TeamSpeak-Server bekommen. Und kriege den auch gesponsert. Muss ich mal gucken, wie das so läuft. Da treffe ich mich gleich nochmal mit denen in Skype und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir bekommen einen TeamSpeak-Server. Danach haben ja auch einige Leute gefragt. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich denke, im nächsten Video werde ich dann die IP preisgeben. Und ja, das dazu. Andererseits, wir haben jetzt mittlerweile eine Webseite zum Server. Ist jetzt nichts Großes. Aber einfach, ihr geht auf magicdoor-server.de. Ich denke, die IP kann man sich gut merken. Oder was heißt IP, die Webadresse. Packe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und da stehen eigentlich so die meisten Infos zum Server. Alle News und was so los ist. Ist natürlich auch noch im Aufbau. Aber es gibt auf jeden Fall ein Forum. Der Shop ist da drin eingebettet. Und in dem Forum könnt ihr Anträge stellen, Bewerbungen machen. Euch vorstellen, mit anderen Community-Mitgliedern in Kontakt treten. Ihr könnt Leute, die hacken oder reporten. Äh, hacken oder griefen reporten. Also im Prinzip so alles, was ihr wollt. Und ja, gibt es jetzt mittlerweile auch. Wir haben momentan total viel am Laufen. Und deswegen kamen jetzt nicht so viele Infovideos. Aber das war es im Prinzip grob zusammengefasst. Natürlich wie immer mein obligatorisches Dankeschön, dass das hier so wunderbar läuft. Dass so viele Leute mitspielen. Und ich weiß, es würden wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr mitspielen. Aber jetzt so in den nächsten ein, zwei Tagen. Sollte unser Root-Server da sein. Dann stellen wir auf Bungeecord um. Und dann wird das eine ganze Ecke besser laufen hier. Also noch besser, als es ohnehin schon läuft. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Das wäre es aber für das erste von mir. Kurzes Video, wie gesagt nur. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Spaß auf dem Server habt. Gebt dem Video ein Like und einen Daumen nach oben. Ist ja was unterschiedliches. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Aber ja, wenn ihr neu dazugekommen seid. Seid ihr wahrscheinlich eh nicht. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Jada, jada, jada. Ihr kennt das alles. Ähm, ja. Wie gesagt, habt einfach Spaß auf dem Server. Teilt mir eure Meinung in den Kommentaren mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin. Spielt fleißig weiter. Ciao und haut da rein.